Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bushido und Animus CCN4. Das letzte Album von Bushido Mythos erschien im September 2018. Die CCN-Reihe zählt wohl zu den bekanntesten im Bereich Deutschrap. Nachdem man anfangs davon ausgegangen ist, dass es ein Solo-Album geben wird, stellte sich nach der ersten Single-Auskopplung heraus, dass es ein Kollabo-Album mit Animus wird. Die Tracklist oder Features wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Das Album kommt über Sony Music Entertainment und erscheint als CD und auch als Box. Nemo, Nemo Original. Im März diesen Jahres veröffentlichte Nemo gemeinsam mit Kapo das gemeinsame Album Kapimo. Das letzte Solo-Album Kiki liegt mittlerweile mehr als zwei Jahre zurück. Nemo Original kommt mit 18 Tracks. Features kommen unter anderem von Luciano, Manuelsen und Reesy. Das Album kommt über Urban und erscheint als Box. Alligator Schlaftabletten Rotwein 5 Zugabe. Das letzte Alligator-Album Schlaftabletten Rotwein 5 erschien im September 2018. Mehr als ein Jahr später folgt nun die Zugabe. Dabei wurde das Album um vier neue Tracks erweitert. Schlaftabletten Rotwein 5 Zugabe beinhaltet 20 Tracks und ein Feature von Kuma. Das Album kommt über Trailer Park und erscheint als E-Book. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.